Heute möchte ich darüber sprechen, was in unserer Gesellschaft los ist. In unserer Gesellschaft hat sich eingebürgert, dass die Menschen glauben, wenn sie ein gesundheitliches Problem haben, gehen sie zum Arzt und er fixt das dann. Ich kann mich gut erinnern, 50 Jahre lang mindestens, solange ich das Bewusstsein habe, dass ich zum Wählen gegangen bin, haben die Parteien behauptet, wenn du mich wählst, und zwar egal ob rot, grün, blau oder schwarz, sorge ich dich für ein Leben lang. Du kannst Huren, saufen, fressen oder sonst was machen, wenn du ein Problem hast, ich garantiere dir, dass du einen Arzt hast, der für dich da ist. Sie haben nie garantiert, dass mir jemand gesund bleibt, wenn man genau hinhört, sondern dass ein Arzt da ist. Aber selbst das wird ja schwierig inzwischen. Wir haben die Situation, dass die Krankenhäuser rappelvoll sind, dass wir Wochen, teilweise Monate lang auf Termine warten müssen und das nur, weil dieses System nicht in der Lage ist, wirklich ursachengemäß zu therapieren und dann auch wirklich zu heilen. Das ist ein Riesenproblem, was sich weiterhin verschärft, was dazu führt, dass in unserer Gesellschaft heute die Meinung herrscht, dass es normal ist, wenn man mit 50, 60 Jahren so langsam krank wird. Herz-Kreislauf-Krankheiten, das sind rund zwei Drittel aller Menschen, die so ungefähr 60 Jahre alt sind, haben eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Der Krebs an zweiter Stelle, 30 Prozent ebenfalls davon betroffen und man hat immer den anderen Gefühl, dass es plötzlich kommt. Aber es kommt nicht plötzlich. Wir wissen, dass alle diese Krankheiten chronische Krankheiten sind. Und von diesen chronischen Krankheiten, die die Schulmedizin nicht heilen kann, davon sind inzwischen 90 Prozent der Menschen betroffen. Nicht von irgendwelchen Virusinfekten sterben die Menschen, sondern sie sterben von chronischen Krankheiten, die daran liegen, dass ihr Lebensstil so grottenschlecht ist, dass er dem Körper nicht mehr erlaubt, zu regenerieren. Denn das ist das, was dieser wunderbare Körper kann. Er kann regenerieren. Wenn irgendetwas kaputt geht, kann er das neu machen. Ratzefatz neu machen. Wir haben vier, vier Reparatursysteme für die Gene. Alleine für die Gene. Das heißt also, wenn so ein Gen wirklich mal kaputt geht, weil man zu lange in der Sonne gelegen hat oder sonst was passiert ist, dann kommt eine Reparaturkolonne und das Ding ist wieder in Ordnung. Nur wenn wir dem Körper seine Ressourcen nehmen, und diese Ressourcen sind ganz unterschiedlicher Natur. Das ist einmal das, was wir essen, ist aber auch das Vitamin D, was wir in der Haut herstellen. Es sind auch so Sachen wie Schwerkraft. Schwerkraft. Wie geht das? Ganz einfach. Die Schwerkraft wirkt auf die Muskulatur. Und wenn wir jetzt die Muskulatur bewegen, dann produziert sie ein Hormon oder mehrere Hormone sogar, Zytokine, die vielfältige Systeme im Körper beeinflussen. Und andere Dinge, die genauso hingehen. Wir haben gesehen, dass jemand, der im Weltraum oben rumschwebt, das ist wunderschön, der verliert nicht nur seine Knochen, der verliert seine Muskeln durch die fehlende Bewegung, dem schrumpft doch das Gehirn. Warum? Weil die Gehirnzellen auch bei der Bewegung involviert sind. Und wenn sie dann nicht entsprechend angesteuert werden, dann sagt der Körper, brauche ich nicht mehr, weg damit. Und die entsprechenden Hormone, die neue Gehirnzellen machen, die bei der Bewegung ausgeschüttet werden, fehlen ebenfalls. Das heißt, alte Hormone, alte Zellen werden abgebaut, neue werden nicht gebildet. Und das resultiert nach einiger Zeit in einem Alzheimer. Das heißt also, diese Vorstellung, dass wir uns einfach so vorwärts bewegen könnten, die passt nicht mehr. Wir haben inzwischen detaillierte Kenntnisse, welche Faktoren das sind. Und pikanterweise sind es fast alles Lebensstilfaktoren. Die Bewegung habe ich gerade schon genannt, das Essen. Wir haben immer gedacht, da seien Antioxidantien in den guten Gemüse drin. Ja, das sind doch Antioxidantien. Aber was viel wichtiger ist, diese Substanzen in Obst und Gemüse erlauben es der Zelle, ihre eigenen Gene zu schalten. Denn nicht die Gene steuern uns, wir sind den Genen nicht ausgeliefert, sondern die Zelle steuert ihre eigenen Gene. Allein Vitamin D steuert bis zu 2000 Genen, das sind 10%. Wenn Sie die nicht haben, das Vitamin D nicht haben, dann fallen Sie nicht tot um. Aber die Zelle kann 10% ihrer Organisationstruppen nicht mobilisieren. Und das ist also nur eine einzige Substanz. Alle diese Dinge kommen vom Außen her, werden in den Körper aufgenommen und über die sogenannte Epigenetik dann in den Zellen genutzt, um uns zu steuern. Und diese Steuerung haben wir sukzessive, Jahr für Jahr, immer weiter verschlechtert. Und irgendwann dekompensiert auch dieses tolle System, was unseren Körper darstellt. Irgendwann kann das System nicht mehr funktionieren und dann werden wir krank. Heute ist das ungefähr mit dem 50. und 60. Lebensjahr bei den meisten Menschen der Fall. Und wir nehmen das als normal an. Das ist aber nicht normal, sondern es ist krankhaft. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass wir diese enormen Summen an Geld ausgeben müssen. Eine Milliarde Euro. Nicht im Jahr, sondern pro Tag. Das heißt, 360 Milliarden Euro kostet dieses System, dieses Gesundheitssystem, was in Wirklichkeit ein Krankensystem ist, kostet dieses System uns, der Gesellschaft. Und es passiert nichts. Wenn wir ja gesund würden dafür, dann wäre es ja toll. Aber wir bleiben krank. Und was ist das für ein Leben? Es kommt so langsam auch in der Schuhmedizin die Idee, nicht nur danach zu schauen, ob man die Menschen am Leben erhält, sondern was für eine Lebensqualität sie haben. Und diese Lebensqualität, die wir derzeit im Alter haben, die ist schlicht und ergreifend beschissen. Was nutzt es einem, wenn man fünf Jahre älter wird und diese fünf Jahre im Wageli, im Rollstuhl, durch die Gegend gefahren wird? Dieses Leben möchte ich nicht haben. Mit 80 wird in die Kiste. Ich habe es geschafft, aber bin nicht in die Kiste gegangen. Also von daher, wir können etwas tun, wenn wir wissen, worum es geht. Und dieses Wissen muss unter die Menschen. Und dazu brauchen wir Sie. Ganz, ganz viele Menschen, die in der Gesellschaft dafür eintreten, dass wir eine andere Gesundheitskultur bekommen. Denn gemeinsam sind auch die vermeintlich Schwachen stark. Wir werden Sie zum Gesundheitserreger und helfen mir, dieses Ziel zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören.